Mit seiner Ex-Bibi hat YouTuber Julian Klaassen zwei gemeinsame Kinder. Inzwischen ist er glücklich in einer Beziehung mit Tanja Makaritsch. Regelmäßig kümmern sich die beiden um Julians Kids, doch was sagt Tanja dazu, dass ihr Freund Nachwuchs mit in die Beziehung brachte? Das wollte ein Follower von ihr wissen und stellte auf Instagram die Frage, ob es für Tanja komisch sei, dass Julian Kinder mit einer anderen Frau habe. Darauf entgegnet die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Nein, natürlich nicht. Kinder sind das größte Glück auf der Welt. Die bringen dir die größte Freude und die größte Liebe. Sie fügt hinzu. Es ist eine riesige Umstellung, auf jeden Fall, aber es ist das Schönste, was es auf der Welt gibt. Tanja macht kein Geheimnis daraus, Kinder zu lieben. Vielleicht starten sie und Julian Klaassen ja bald ihre eigene Familie. Untertitelung des ZDF,. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020